Als Startup ist es ja nicht einfach. Wer unterstützt Sie? Wollen Sie die Fördergelder hier? Ja, das stimmt, ist schwierig, aber ich mache es einfach mit Freude und schaue momentan, dass ich auf sehr vielen Messen und Ausstellungen präsent bin. Förderungen gibt es nur zum Teil, sagen wir mal so, es gibt bei uns auch der Österreicher Bilderförderung, wenn man das erste Mal in den Ausland ist, solche Sachen, aber sonst finanziere ich das alleine. Genau. Respekt.